Moin meine lieben Freunde und willkommen hier zurück auf dem Kanal von RedBlackMustang. Natürlich bin ich nicht alleine heute, denn der Sergeant in Arms, Mr. Shocky, ist wieder dabei. Guten Tag. Wie ihr sehen könnt, spielen wir auf jeden Fall keinen Rocket League. Nee. Wir spielen natürlich bei einem Mittwoch. Was spielen wir heute? Insurgency Sunstorm. Jawohl. Und wir haben jetzt die letzten zwei Versuche jämmerlich versagt. Wir spielen, so wie letzte Woche, eine Runde. Vernünftig, wie die Soldaten es so tun, so in real life. Und sollten wir nicht bis A kommen, dürfen wir neu anfangen. Sollten wir A geschafft haben, dann heißt es Win or Die. So sieht es aus. Gut. Wahrscheinlich A dai. Nicht so positiv denken. Wo bist du denn? Wo ist denn der Herr? Wo ist Freddy? Achso, ich habe noch nicht auf Start gedrückt. Ich bin schon drin und er ist nicht da. Ja, du. Ich dachte, wir sind noch mit A. Ach, du bist da. Okay. Lauf noch nicht. Hallo. Ich bin hier gespaut, Bruder. Ja. Ich gucke jetzt mal hier oben erstmal. Du guckst hier oben, dann gehe ich hier vorne. Habe ich jetzt Einzelschuss oder? Renn doch ein bisschen lauter. Man hat dich ja nicht gehört. Ne, dann ist er gut. So. Ich habe keinen gesehen. Ich bin jetzt wieder unten bei dir. Toll. Also, wenn wir A einnehmen, dann zählt es. Rennst du die ganze Zeit? Jetzt gerade nicht. Oh, ich sehe dich. Guck mal. Uhu. Hi. Da ist einer. Nicht schießen. Noch nicht schießen. Oh. Ich glaube, er war ein Schally. Ja, aber wenn er schießt, hören das die anderen. Er hat kein Schally. Deswegen, wenn schießen, dann auch erledigen. Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Bist du bereit? Warte mal. Hinter uns. Wenden da welche? Ne. Warte mal. Jo. Bin bereit. Tür geht auf in 3, 2, 1. Schick geht die Tür. Ich wusste, dass du da hieß. Ich bin hier da hin. Machen wir wieder zu. Wenn wir so weiter machen, sind wir in 2 Jahren immer noch nicht fertig. Aber du bist jetzt da unten, sagst du? Ja. Ja, siehst du schon? Da unten ist der Großgeballer. Von wo denn? Aber da ist so viel Gewehr. Warum? Du hast auf jeden Fall keinen Schally. Doch. Der andere hat ja geballert. Der, der hinter dem Auto sitzt. Bei dir quasi. Kommst du? Ja, ich finde nur die Treppe nicht. Wie sollen denn die Leute uns mal ernst nehmen? Jetzt mal ganz ehrlich. Außerdem habe ich dir gerade dein Popöchen gerettet, mein Freund. Ja. Hier ist die Tür offen. Also ich bin ans Vorfeld gekommen. Okay, down. Sehr gut. Kriegst du es hin? Stand jetzt würde ich sagen, ja. Warte mal, ich muss zu dir kommen. Ich bin falsch hier. Warte, ich komme hoch. Alpha, wir haben es geschafft. Äh, Digger? Wieso kommt ein Fahrzeug? Ich höre ein Fahrzeug. Ich auch. Lachen nicht. Wer die Granate wirft, stirbt. Sag ich nur. Juuu. Überhaupt nicht übertrieben, die Situation. Alter, vor allem wie du verreckt bist. Ja. Ich denke nur dran, du darfst den Spot nicht verlassen, ne? Ah ja, stimmt. Sonst nehmen die das ein. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, rechts von dir sind die jetzt. Hinter dir. Hey, der ist Alpha, YOLO. Die ist Alpha, YOLO. Du musst auf die schießen. Ich hatte keine Muni mehr gehabt. Magazin war leer. Ich habe klick, klick. Oh. Der hat das zählt ja noch nicht. Das war ja jetzt nur... Ja. Haben wir noch nicht eingenommen. Das war die Loser-Truppe. Und jetzt kommen die Pros. Jetzt kommt der wirkliche... Freddy Mercury. Okay, also merken, wir gehen, wenn wir das eingenommen haben, schnell ins Polen, weil dann kommt irgend so ein Raketen-Hage. Ja, aber das Auto hatte ich ja weggesagt, ne? Das ist die Schmur. Ja, aber ich wäre dann, sag ich mal, in kurzer Nacht gestorben. Ich war auch schon dritte. Du hörst ja die Raketen-Hage. Sehr schön. Wir haben direkt geburtert, Alter. Seit wann stehen die? Hier war doch gerade auch keiner. Oh, eine Granate. Ich kann sie nicht aufheben. Kannst du die Granate aufheben? Und hier ist auch eine Granate. Hier sind überall Granaten. Ne, ich kann die aber nicht aufnehmen. Ja, ich will nicht. Ich will, dass wir auch voll sind. Oh, da ist es aber... Was ist hier, ey? Muss ich mir Sorgen machen? Ne, nicht du, sondern der Typ da vorne. Ja, ja, ich weiß. Ach so. Aber ob ich mir Sorgen machen muss, oder ob du den schon fertig machst? Ach so. Da ist wieder das Fahrzeug. Das ist schon aufs Spot. Siehst du? Ja. Ich weiß aber auch. Können wir kein Auto fahren, die Jungs? Da, ich seh's. Ja, aber die fahren die ganze Gegenwind. Ich weiß nicht. Oh, nein. Beideidei – ich schmeiß ne Granate. Oh, ich hab keine Granate. Mach das Auto kaputt. Grenade! Oh. Hier ist keiner. ich gucke jetzt einfach dass in das auto der selbe wie vorhin alles ok bei dir ja das war nur knapp weil der typ wäre fast in das auto eingestehen ich bin bei dir wurde gerade in die mg er wurde gerade er wollte gerade die mg nehmen ich gehe mal er jetzt sind wieder rauchgranaten ich gehe mal auf den spot bei dir ist irgendwo einer der ist in die richtung gelaufen ich habe keine muni mehr ich habe keine muni mehr hinter mir kommen noch welche glaube ich den habe ich noch nicht ich mache die tür keine sorge bleib drin bleib da wo du bist wenn er rauskommt ist er tot ich glaube der ist jetzt weg gelaufen tatsächlich ok ist ja gesichert wir können weiter das war der das war der bau in schwarz angezogen also insurgency war schwer ne aber das muss dann da oben oder wobei da ist viel los denn da oben da oben hast du gesehen hast du gesehen hast du gesehen ja habe ich komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon scharri können auch von hinten kommen ne wo du warst die einfach um uns gehört wer kommt jetzt gleich wir kommen von hinten ja da ist auch eine zweite türe gleich rechts bei mir liegt der server gerade irgendwie bei mir ist er hat der server geleckt ich bin ungefähr zehnmal aus diesem raum schon rausgelaufen aber bei mir hat es nicht geleckt also bei mir wo lag ich denn dann du warst immer so bestanden du wolltest es raus dann bist du wieder zurück gekommen und dann hat der typ mit der schock gar nicht erwischt bei mir bin ich bin halt immer rausgelaufen da wo dieses zelt war und wo links noch eine tür war und dann bin ich wieder zurück aber was habe ich denn für ein kling ja was machen wir ja was machen wir ja weiß ich nicht also wie gesagt ich habe nichts gesehen komm wir machen eine neue aber eine rush situation jetzt ja ok schwarz vier jetzt hier richtig schwarz vier richtig schwarz vier oh da sind einfach mal drei Leute hast du einen? zwei stücke ja jetzt kann man ja auch auf meiner aufnahme sehen dass ich immer zurück sit dann ist das nicht so du ich wurde zurück ne wir lügen ja nicht alles cool ne tun wir auch nicht aber dann kannst du es einfach sagen so da kommt was ja ich glaube von hinten ja die kam von hinten die habe ich erstmal schön da genutzt so ich stelle mich wieder hier hinten hin ich habe raketen angefordert du hast die angefordert wie hast du das? ich kann das irgendwie keine Ahnung ich hab gerade gesehen nebel artillerie nebel artillerie ja schon wieder darf ihn habe ich das auto ja das habe ich ich hab meine ecke ich muss nachladen scheiße das auto ich komm hoch jetzt muss rechts sein komm rechts jetzt durch alter blend ihr meine blind gleich das ding ist die übernehmen ja ich muss ja irgendwie so schnell wie möglich runter aber ohne witz war ich habe den millisekunde gesehen und der hat so hart auf das fenster gewaltig durch die mauer gekillt ja also haben es mal wieder nicht geschehen und so langsam finde ich das spiel nervig es ist halt mega schwer auch wenn wir natürlich klar hier und da man fehler machen aber wenn man setzt weil ich bei e oder so und es hat halt kein ende das ist das problem aber die karte ist auch richtig mies also ich habe jetzt extra eingestellt dass über ihre folge eine karte ausprobieren aber die war ja am liebsten von einem also ich würde mal sagen nächste woche nehmen würdig bis jetzt die einfachste karte und versuchen die noch mal also die nehme ich nie wieder danke hat gereicht gerade mal geschafft wir haben b noch nicht mal gesehen ne ist kacke ne vielleicht kommt ja irgendeiner der zuschauer auf diese idee das spiel sich vielleicht zu kaufen also es bringt es macht ja spaß das problem was macht es aber wir sind in unterzahl weil sie sind wirklich zu zweit und du kannst auch die stelle diesen schwierigkeitsgrad nicht ändern das ist auf extrem weil das ist ein simulationsspiel das soll ja wirklich wie in real life ein eine kugel am falschen ort bis zu hops dann ist es dann ist fertig mit dir und deswegen gibt es keinen schwierigkeitsgrad das ist einfach realistisch gemacht und deswegen ist es auch extrem scheiße und wenn einer mit der mg wie willst du ihn töten der typ hat ja der typ mit der mg hat erstmal eine schutzwand vor sich da musst du genau richtig treffen und ja und da ist halt nicht getroffen werden scheiß leuchtspur munition naja gut aber ich würde mal sagen lange rede kurzer sinn mit diesen worten verabschieden wir uns und wir wünschen euch natürlich alle noch einen schönen tag und wir sehen uns nächste woche bei hoffentlich eine schönere folge von insurgency das wäre gut aber diese woche ist sowieso alles kacke wir haben montag rocket league verloren jetzt haben wir so verkackt wie noch nie bei insurgency ich bin mal gespannt bei trash game diesen freitag wie das dann wird ja dann schauen wir mal spielen wir mal tetris da kann man wirklich verlieren doch verlieren kannst du aber ist nicht so schlimm ja auch gut gut also haut rein leute ne und bleibt gesund bis denn tschüss ja